Ich bin der Marvin und ich bin elf Jahre alt. Ich habe das Auto hier gebaut. Wir haben erst überlegt, wie man so ein Auto fahren lassen kann. Dann sind wir auf die Idee gekommen, das mit dem Gewicht zu machen. Dann haben wir Stück für Stück probiert. Das war auch noch nicht gleich so hoch. Irgendwann hat es dann geklappt. Wie schwer ist das Gewicht? 500 Gramm. Hast du verschiedene Gewichte ausprobiert oder hat das direkt beim ersten Mal geklappt? Wir haben erst versucht, das mit einer Batteriebox zu machen, weil die ja auch einiges wiegt. Aber die waren auch nur 200 Gramm. Dann haben wir uns für das Gewicht entschieden und gehofft, dass es funktioniert. Und es hat dann auch funktioniert. Wie klappt das dann gleich, dass das Auto fährt? Wie funktioniert das? Das wickelt man dann hier auf. Da ist so eine Rolle drin. Man zieht das Gewicht hoch. Man muss aufpassen, dass das nicht verkantet. Hier ist eine Führung, damit das auch gerade hängt. Und dann zieht das runter und wickelt damit die Rolle hier ab. Durch das Gewicht wird das Auto wieder angetrieben. Ja. Das würde ich mal sagen. Sehr, sehr kreativ gebaut zumindest. Aber einen riesen Applaus dafür. Sehr gut Marvin. Dann darfst du mit uns rüberkommen. Und weitere domenstücke.